... welcher von 8 Jahren 20 Jahre alt ist, also in unserem Alter, und dass einfach die Wünsche, die denen draufstehen, auf die jüngsten Erden... ...welche auch von enormer Bedeutung sind. Und so wechseln die jungen Leute ihre Erfahrungen miteinander. Ideen zu haben ist uns nicht genug, Ideen in die Tat umzusetzen ist unser Glück. Wir schreiben Geschichte, wir sind die Zukunft, wir sind kreativ und klug genug. Die Zeit ist gekommen zusammen zu sein, wir können dir helfen, du bist nicht allein. Wir sind da. 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 Wir sind da Wir sind da